Aber jetzt gerade... Oh Gott, was passiert hier? Ich sehe nichts! Der Gegner ist vor mir, aber ich sehe halt nichts, weil ich glaube, ich bin am Brennen und das hat keine Textur. Was geht ab, Schoko-Freunde? Willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft Lucky Race. Und oh mein Gott, ich erkenne gar nichts, denn wir spielen heute mit dem No Texture Texture Pack. Also wir spielen ohne Texturen. Das Ganze geht mit dem Cubic Texture Pack. Also im Prinzip benutzen wir schon ein Texture Pack. Ist auch in der Beschreibung verlinkt, falls ihr das Ganze mal testen wollt. Und ich war mir bis gerade nicht sicher, ob ich das schon mal in Lucky Race gemacht habe oder nicht. Aber ich glaube, ich habe das noch nie in Lucky Race gemacht, weil ich merke jetzt schon direkt, dass das richtig schwierig ist. Oh Gott, ist das... Okay, da sind Leiter an der Seite. Und zwar erkenne ich ja die Lucky Blöcke gar nicht, ist die Sache. Und hier steht halt immer nur drauf, was was ist. Das Ganze ist natürlich auch ziemlich hässlich dadurch, dass wir keine Texturen haben. Und ich muss halt immer ein bisschen lesen jetzt sogar bei Lucky Race. Da ist eine Leiter, sehe ich gerade. Zack, da springen wir dran. Hier müsste auch eine Leiter sein. Perfekt. Und wo sind die Lucky Blöcke? Man, sind da... Das ist einer, oder? Das ist... Okay, das ist, glaube ich, ein Checkpoint. Jawohl. Da ist ein Checkpoint. Hier sind die Lucky Blöcke. Das ist ein Monster, das wollen wir nicht bekämpfen. Es kann also ziemlich gut sein, dass ich richtig viele Lucky Blöcke übersehe. Ich dachte am Anfang noch so... Oh, aua, das tat weh, Skelett. Da muss ich dich leider erstmal für töten. Es tut mir leid, auf Wiedersehen. Ich dachte gerade erst noch so, dass diese Challenge eigentlich relativ easy wird, weil... Ja, ich habe ja keine Texturen, aber ich meine, es ist trotzdem einfach nur ein Jump'n'Run. Ich kann durchspringen und alles. Sollten wir easy hinkriegen. Ich schaffe den Sprung hier nicht. Das ist nur ein ganz normal... What? Das ist ein ganz normaler Leitersprung. Und ich kriege den nicht hin. Warte mal so. Zack, zack. Das ist doch easy. So, geht doch, Ryan. Das ist ein ganz normaler Leitersprung. Den kriegst du doch sonst auch immer hin. Wo ist das Problem? Ist das Ganze ja auch ein neues Modul? Ich weiß gar nicht... Das kommt mir gar nicht vor wie Lucky Race gerade. Ist das ein neues Modul hier? Ich würde gerne sehen, wie das mit Textur aussieht, weil ich erkenne hier gerade gar nicht, was das überhaupt ist. Das kann doch nicht sein, dass ich jetzt hier bei Lucky Race verkacke. Muss ich hier hoch? Ist das richtig? Muss ich überhaupt hier hin? Weil das hier ist ja schon ein schwieriger... Okay, der war doch nicht so schwer anscheinend, der Sprung. Aber bin ich hier überhaupt richtig, Leute? Was? Okay, doch. Hier ist ein Checkpoint. Und jetzt? Sind die Lucky Blöcke oder sowas? Ich erkenne halt nichts. Sponge sehe ich aber nirgendwo. Da komme ich ja, glaube ich, her. Da muss ich wahrscheinlich... Ich denke mal, das hier wird Slime sein, oder? Ist das Ganze Slime? Jawohl. Okay, dann müssen wir da auf das Slime drauf und dann da vorne an die Leiter. Das kriegen wir auch hin. Denke ich mal. Hoffe ich mal. Okay, das ist echt schwierig. Jetzt aber. Komm schon. Zack. Und ich schaffe es immer noch nicht. Das ist doch nicht euer Ernst jetzt. Warte. Jetzt habe ich den Sprung einfach nur verkackt. Ich fühle mich gerade wie der größte Jump-Run-Loop. Das kann doch nicht sein. So, zack, zack. Jetzt bin ich aber... Oh nein, ich habe aus Versehen Rechtsklick gemacht. Ich habe aus Versehen Rechtsklick gemacht in der Luft und bin dadurch langsamer geworden. Jetzt aber. So, ich bin so spät gesprungen wie möglich. Springe auf den Slime-Block und jetzt müssen wir auf jeden Fall an der Leiter landen. Dankeschön. Hier ist kein Ding... Das ist nicht mein Ernst. Egal. Ich weiß jetzt, wie der Sprung funktioniert. Deswegen kriegen wir den auf jeden Fall nochmal direkt hin. Irgendwie finde ich auch diese Abstände von den Blöcken schwer einzuschätzen. Ich weiß nicht, wieso. Eigentlich... Ja, ich kriege das nicht hin. Ich fühle mich gerade so, als ob ich das erste Mal Jump... Ich habe schon wieder Rechtsklick gemacht. Ich fühle mich gerade so, als ob ich das erste Mal in meinem Leben Jump'n'Run spiele ungefähr. Was irgendwie lächerlich ist, weil ich habe diese Challenge schon mal früher gemacht. Das ist aber jetzt schon wieder, ich weiß gar nicht, mindestens ein Jahr, denke ich mal her, da habe ich die schon mal in Tri-Jump gemacht. Und da fand ich, glaube ich, relativ easy. Also ich habe es nicht mehr... Ich weiß nicht mehr genau, aber ich meine, ich fand die da eigentlich ziemlich einfach. Und jetzt spiele ich die hier in Lucky Race und finde die richtig schwierig. Das kann ja nicht sein. Aber ich glaube, das liegt auch daran, ich bin mir ziemlich sicher gerade, dass das Modul, was ich hier spiele, dass ich das zum ersten Mal spiele und dass das neu ist. Also wenn das hier ein Modul ist, das ich eigentlich kennen sollte, dann weiß ich auch nicht. Weil ich ja kenne hier gar nichts. Ich habe gerade zweimal die Schuhe bekommen, alles klar. Was haben wir hier? Hübsches. Noch mein Goldschwert. Das ist natürlich super. Dann springen wir hier mal weiter. Ich bin aber immer noch an zweiter Stelle. Also vielleicht kommen wir trotzdem noch ins Ziel. Notfalls machen wir ja gleich noch ein Ründchen Jump and Run. Und dann kommt auch vielleicht ein Modul dran, das ich kenne. Und dann sollte das Ganze sowieso easy sein. Ich weiß nämlich jetzt schon wieder nicht, wo ich hin muss. Aber ich denke mal, ich muss hier rüber. Aber das haben wir nicht geschafft. Das ist ja super. Da war der Checkpoint gewesen. Dann können wir hier aber wieder zurückspringen und müssen das Ganze jetzt nochmal machen. Kann man hier so ein bisschen im Kreis drumherum springen. Dann bin ich wenigstens nicht runtergefallen und habe keinen Jump Fail. Und es dauert halt nicht so lange. Ich habe es wieder verkackt. Das ist natürlich super. Leute, wir können jetzt hier den ganzen Tag weiter im Kreis drumherum springen. Macht doch richtig Spaß, oder nicht? Wenn ich den Sprung jetzt nochmal verkacke, kann ich wieder schön im Kreis springen. Warte, jetzt. Boah. Ich spring von hier. So. Und jawohl. Da war ein Loch. Da war ein Loch. Jetzt bin ich wieder hier bei dem Slime-Sprung. Ich dachte, da war überall Glas, Mann. Ich sehe Glas ist halt durchsichtig, oder nicht? Oder... Warte, ich muss da nicht nochmal gucken. Aber ich glaube, dass eigentlich diese Glasblöcke halt durchsichtig sind und gar keine Textur haben. Und deswegen dachte ich, dass da überall Glas ist und ich da jetzt einfach hinrennen kann. Egal. Versuch Nummer 10 Millionen. Wir springen wieder im Kreis. Es ist auch schon jemand ins Ziel gekommen. Das ist natürlich... Ne, ich habe ein Checkpoint. Da war ein Checkpoint. Dann hätte ich das gar nicht alles nochmal machen müssen. Da war anscheinend ein Checkpoint und ich habe den einfach nur nicht gesehen. Aber gut. Passiert auf jeden Fall mal. Doch hier... Ach, nur hier ist ein Loch. Guck. Da ist nämlich ein Block. Ja, hier ist Glas und hier ist der nächste Checkpoint. Und jetzt weiß ich schon wieder nicht, wo ich hin muss. Wahrscheinlich einfach hier lang, oder? Dann ist hier eine Leiter. Da ist auch eine Leiter. Die erkenne ich inzwischen ein bisschen. Hier ist ein Lucky Block. Waren da vorne... Waren da Lucky Blöcke? Oh! Okay, warte, Leute. Wir werden nochmal ganz kurz runterspringen hier. Ich weiß nicht, ob sich das lohnt, nur wenn ich jetzt gute Items kriege. Aber ich habe hier die Lucky Blöcke nicht mitgenommen. Die brauchen wir natürlich hier. Ich brauche nachher meine guten Items. Geil, Alter. Goldrüstung. Wo muss ich denn jetzt nochmal lang hier? Ah, hier vorne, glaube ich, ne? Oder komme ich hierher? Das ist alles ein bisschen verwirrend. Aber ich glaube, ich bin richtig. War da noch irgendwo Lucky... Da ist auch noch ein Lucky Block. Egal. Den einen lassen wir jetzt da. Ich muss mich ein bisschen beeilen. Ich will ganz gerne ins Ziel kommen und das OP-Item kriegen. Hallo, mein Freund. Wie geht es Ihnen? Möchtest du mir sagen, dass ich runter... Oh? Egal. Dann kann ich den Lucky Block hier wenigstens da auch noch mitnehmen. Bitte sei was... Ja, da war einfach nur... Oh Gott, das ist Cobweb. Leute... Man erkennt halt nichts. Wenn man in Cobweb ist, sieht man wirklich gar nichts mehr. Was ist das denn? Okay, weiter geht's. So, jetzt ist die Frage, was muss ich denn hier machen? Ich erkenne halt nicht, wie rum diese Leitern sind. Aber ich glaube, ich muss eigentlich einfach an die Leiter da dran springen oder nicht. Jawohl, das haben wir jetzt. Jetzt hier vorne runter einfach oder was? Muss ich mich hier runter gleiten lassen und dann an diese Leiter? Okay. Ich weiß nicht, wie ich das gemacht habe, aber ich habe es geschafft. Hier ist auch ein Checkpoint. Da muss ich das Ganze nicht nochmal machen, weil ich glaube, ich würde das nicht nochmal hinkriegen. Aber ich vermisse so ein bisschen gerade die Sponge-Blöcke. Also die... Da, warte, hier ist einer. Guck mal. Hier ist noch ein Lucky Block mit Cobweb wieder. Geil. Super. Da finde ich einmal einen Lucky Block und dann ist da Cobweb drin. Ich glaube, ich muss ein bisschen mehr aufpassen. Ich bin bestimmt schon an richtig vielen Lucky Blocken einfach vorbeigesprungen, weil man die halt nicht erkennt. Und ich meine, wenn ich zu wenig Lucky Blocken nachher öffne, dann kann ich auch gar nicht ins Ziel gehen. Das wäre natürlich auch sehr ärgerlich. Ist natürlich geil, wenn ich jetzt einfach im Cobweb respawn und erstmal gar nichts sehe. Das habe ich jetzt aber so ein bisschen abgebaut hier. Dann versuchen wir es nochmal. Mich wundert, dass das noch gar nicht ins Ziel gekommen ist. Ich bin gerade so... Ey, das kann nicht sein. Ich bin gerade so langsam unterwegs. So jetzt aber. So schwer ist der Sprung hier eigentlich gar nicht. Da haben wir den geschafft. Ich weiß nicht, wieso. Aber die Leitersprünge finde ich besonders schwierig hier ohne Texturen, weil ich irgendwie... Ich weiß nicht, was es ist, aber einfach, weil ich diese Textur nicht sehe, finde ich es richtig schwierig einzuschätzen, wann ich springen muss und wie ich springen muss und wohin ich springen muss. Guck mal, das ist ein Lucky Block. Perfekt. Ist denn das Slime? Okay, das sind wieder Slime Blöcke. Und ich glaube, da links war so eine Leiter, wenn ich das gerade richtig... Okay, doch nicht. Ich dachte, ich muss da links an der Leiter springen. Aber anscheinend ist da gar keiner. Anscheinend muss ich nur da drauf kommen irgendwie. So, jetzt kriegen wir das aber hinten. Gerade bin ich nicht ganz von oben gesprungen. So, haben wir geschafft. Da ist auch wieder ein Lucky Block. Den hätte ich fast übersehen mit einem hübschen Damage Trank, glaube ich. Ich weiß es nicht. Ich blitze in einer Flasche, was? Ähm... So, jetzt haben wir hier ein paar Blöcke, die in der Luft hängen. Ah, warte, hier ist auch einer. Ah, okay, hier sind so Glasblocke zwischen. Dann ist das doch gar nicht mal so schwierig. Hier ist wieder ein Lucky Block. Gib mir was Gutes! Was ist das? Ach, eine Kiste! Okay. Das ist einfach eine Kiste gewesen. Die kann ich aufmachen. Ich nehme einfach mal direkt alles raus, weil ich weiß nicht, was gut ist und was nicht. Was ist das hier? Eine Werkbank. TNT. Und hier ist der Lucky Block, den ich da rausbekommen habe. Den können wir auch abbauen. Und da kriege ich Giftsterne raus. Okay. Ich bin auch ganz vorne mit dabei, sehe ich gerade. Ich glaube, wir könnten tatsächlich noch ins Ziel kommen. Ich weiß nicht, wie. Ja? Wahrscheinlich ist dieses Modul wirklich neu und deswegen kacken gerade alle ab hier. Ich weiß es nicht. Oder die spielen alle ohne Texturen. Absolut keine Ahnung. Aber anscheinend kriegen wir es noch hin. Wenn ich diesen Leitersprung jetzt nochmal schaffen würde. Komm, der ist doch nicht so... Ryan, was machst du da? Der Leitersprung ist nicht so schwer, Ryan. Den kriegst du hin. Geht doch. Ich wollte schon sagen. So, jetzt springen wir hier hin. Dann klettern wir die hübsche Leiter hier hoch. Und ich glaube, da vorne, ich denke, da wird auch das Ziel dann gleich schon sein. Ich hoffe, dass vorher noch ein Checkpoint gleich kommt. Hier sind noch mal Leitersprünge. Ey, das ist halt schon... Ach nee, jetzt kommen hier nochmal so viele Leitersprünge gegen Ende hin. Diese Leitersprünge... Früher habe ich Leitersprünge wirklich gehasst, ja? Und ich mag die auch immer noch nicht richtig. Aber inzwischen kann ich das eigentlich, ja? Mit diesen Leitersprüngen. Aber irgendwie mit diesen Texturen gerade kriege ich das nochmal gar nicht hin. Ich kriege gerade richtige Flashbacks von früher, wo ich diese Leitersprünge auch immer verkackt habe. So fühle ich mich gerade wieder. Eine Jukebox. Damit kann ich nichts machen. Und ich sehe keinen Lucky Block mehr. Okay, hier sind jetzt aber wieder welche. Und da ist das Ziel auf jeden Fall. Aber jetzt müssten hier ja nochmal eine Menge Lucky Blöcke sein. Hier ist auch noch einer. Ah, mein Inventar ist voll. Ich packe einfach mal die Goldrüstung weg. Die brauchen wir sowieso nicht. Hier ist auch noch ein Lucky Block. Hier ist auch noch einer. Oh, warte, ich komme... Alter, Diaz. Hier ist auch noch einer, aber da komme ich jetzt gar nicht wieder hoch. Ist da noch was Cooles drin? Okay, das Item habe ich noch bekommen. Und ich glaube, das hier ist der letzte Lucky Block. Den Amboss, den bauen wir auch mal ab zur Sicherheit. Ich meine, vielleicht können wir was Hübsches entchanten nachher oder zusammen. Ne, ich habe gar keine Bücher. Und ich würde sagen, ich ziehe mir mal ganz kurz das hier an. Springe ins Ziel und kriege wenigstens... Oh, ein Illuminaten-Schwert. Das ist gut, denn ich habe fast gar keine gute Rüstung. Wo ist denn meine Werkbank? Ich sehe... Ah, okay. Ich habe die gar nicht erkannt erst, weil wir können uns wenigstens noch eine Dia-Hose craften und einen Eisenhelm. Aber wir haben nicht mal... Wir haben fast keine Dia-Rüstung. Das ist richtig schlecht. Ja, dann geht das PvP auch schon los. Ja, verraten mir mal bitte, welche PvP-Map das hier ist. Ich erkenne es nicht. Das sieht ja richtig kacke aus. Auch durch dieses Gras. Ich kann nicht im Gras kämpfen, weil man erkennt da einfach nichts. Hallo, du hast ja gar keine Rüstung. Das tut mir leid für dich. Dann bist du wahrscheinlich jetzt mit ein oder zwei Hits tot. Ein Hit noch? Ja. Ah, jetzt erkenne ich es. Okay, ich erkenne die Map an dieser Passage auf jeden Fall. Ich weiß natürlich nicht, wie sie heißt. Aber ich weiß jetzt... Ja, hast du schön weggesnackt. Ich weiß jetzt ungefähr, wo wir sind. Und ich habe mich eigentlich gerade auch schon gefreut, dass fast keiner anscheinend gute Rüstung hat. Und jetzt kommt dieser Typ hier an, der meinen Kill weggesnackt und den ich noch bekommen habe irgendwie. Obwohl der mir viel mehr Hits, glaube ich, eigentlich erst gegeben hatte. Aber gut. Genau, ich hatte mich gefreut, dass fast keiner gute Rüstung hat. Und jetzt haben die ja einfach DIA-Rüstung teilweise. Der hier hat aber, glaube ich, gar keinen Helm, wenn ich das richtig sehe. Also kriege... Oh! Okay, der war sogar schon ganz down. Dann gib mir mal bitte ganz schnell... Oh, ähm, hallo? Ah, da bist du. Ähm... Entschuldigung! Oh, ich glaube, ich habe mich selber getroffen mit dem Pfeil. Aber er ist gestorben. Alles klar. Ich wollte nämlich eben schnell meine bessere DIA-Rüstung hier anziehen. Dankeschön. Ey, das klappt mit der Challenge gerade viel besser als erwartet. Also im PvP lief es... Ach, im Jump'n'Run lief es richtig schlecht. Aber jetzt gerade... Oh Gott. Ich se... Was passiert hier? Ich sehe nichts. Ich... Der Gegner ist vor mir, aber ich sehe halt nichts, weil ich... Ich glaube, ich bin am Brennen und das hat keine Textur. Ja, so viel dazu, dass es viel besser läuft als erwartet. Ne, aber jetzt mal ehrlich. Im Jump'n'Run lief es viel schlechter sogar als erwartet. Aber jetzt gerade im PvP läuft es einigermaßen gut. Ich meine, es ist nur noch ein anderer am Leben, aber der hat noch drei... Der hat noch drei Leben. Sehe ich gerade. Das ist nicht gut. Ich dachte, wir rasieren jetzt hier easy und jetzt hat er aber auch noch drei Leben. Und der hat die Errüstung. Nein. Es kann gut sein, dass er mich jetzt sogar zerstört. Aber ich... Nein! Ah, das ist mein... Mein Nemesis, Leute. Mein Nemesis mit dem Texture-Pack hier. Feuerstern oder sonst was, weil ich sehe dann gar nichts mehr. War der Giftstern und der hat halt nicht so... Der hat nicht so ein gutes Schwert. Aber ich glaube, der ist ziemlich gut im PvP. Wir haben nochmal so ein Dingens auf ihn geschmissen. Der mit zwei Herzen überlebt. Der wird mich killen. Okay, Leute. Drückt mir die Daumen. Och, nee. Ich kriege halt keinen Feuerschaden, aber ich sehe damit gar nichts mehr. Hör auf, mich damit abzuwerfen, Junge. Ich kriege eh keinen Schaden, okay? Nicht schon wieder. Nee, nee, nee. Ich laufe da nicht rein. Ich laufe da nicht mehr rein jetzt. Der macht mich halt komplett fertig gerade, der Typ. Mein Damage-Schrank hat auch nicht getroffen, aber ich habe hier so ein bisschen Low-Ground. Vielleicht kann ich ihn dadurch weg... Okay, er kommt und nicht weg. Alles klar. Ich wollte gerade sagen, vielleicht kann ich ihn dadurch wegkommen, aber er kommt und mich einfach weg... Oh, mein Gott, Junge. Der hat mich fast nochmal gekillt. Ah, ich habe keinen richtigen Helm mehr deswegen. Aber ich habe auch keinen Ersatzhelm im Inventar. Nein, da ist er. Kein Wunder, dass ich so richtig auf die Fresse kriege. Ich habe gar keinen Helm, Leute. Ich habe... Ich wurde mit einem Halloween-Potion abgeworfen und... Oh Gott, ich brenne. Ich sehe nichts mehr. Ich wurde mit einem Halloween-Potion abgeworfen und habe jetzt nur noch so einen Kürbis-Helm und der Typ ist direkt bei mir und ich sehe nichts. Junge, nein, 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 nein. Okay. Perfekt. Dann gehen wir jetzt auf ihn drauf. Zwei Free-Hits. Komm schon, bitte stirb einfach. Ich muss irgendwie gucken, dass ich noch an den besseren Helm rankomme. Komm schon. Zum Glück haben wir da... Ja! Zum Glück haben wir das gute Schwert und alles. Dadurch haben wir jetzt noch eine kleine Chance. Hier kann ich mir einen Helm craften. Ich glaube nämlich leider nicht. Es sieht nicht gut aus, Leute. Vielleicht bin ich auch blind. Habe ich nicht... Doch, ich habe doch einen Block of Iron. Wo ist meine Werkbank? Wo ist meine... Da. Schnell. Werkbank. Zack. Dann so. Dann haben wir nämlich einen Eisenhelm und jetzt sollten wir das eventuell noch gewinnen können. Gut, dass er nicht bei mir in der Nähe gespawnt ist. Ansonsten hätte er mich kaum letzterstören können. Das hat allein schon so lange gedauert, gerade diese Werkbank zu finden und halt, ja, den Block of Iron. So, dann nehmen wir meinen Giftstern. Bitte schön. Und dann nehmen wir noch am besten den Blitz in der Flasche. So. Und jetzt können wir kämpfen hier. Ich habe auch einen Eisenhelm. Ich bin ziemlich sicher, dass wir jetzt gewinnen sollten, wenn er mich jetzt nicht komplett wegkommt. Aber der hat auf jeden Fall ein paar gute Hits bis jetzt rausgekommen. GG. Wir haben gewonnen. Ey, ich hatte so viel Angst gerade jetzt noch in der letzten Runde, dass ich das doch noch verkacke. PvP lief erst mega gut am Anfang und dann gegen Enden wurde es richtig schwierig. Aber GG. Wir haben es geschafft. Leute, ich würde sagen, danke fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne mal ein Like da und wir sehen uns morgen um 18 Uhr bei einem weiteren Video wieder. Ciao. Bis zum nächsten Mal.